Jeder Mensch muss sich entscheiden, welchen Weg er geht. Manche Menschen nehmen den Weg in ein friedvolles Miteinander. Manche Menschen entscheiden sich, diesen Frieden zu zerstören. Ein Ausstieg aus der Szene fällt vielen schwer. Die Last der Tradition, das eigene Leben, die Ideologie des Tötens und nicht zuletzt das eigene Handeln müssen infrage gestellt werden. Ein Mannsheil, wann immer es ging, das ständige Töten und Ausweiden ist mit der Zeit zu einem Teil meiner Persönlichkeit geworden. Hand X heißt, Gewalt hinter sich zu lassen. Hand X ist der Anfang eines langen Weges, aber eines Weges, der gegangen werden muss. Irgendwann wurde mir klar, dass dieses rücksichtslose Geballer ein Ende haben muss. Ich musste zum Halali blasen, aber zu einem Halali für immer. Die Deradikalisierungsarbeit von Jägern und Jägerinnen ist ein Kraftakt für alle Beteiligten. Es ist die Einsicht, dass eine Welt ohne Mord im Wald möglich ist. Hand X unterstützt Sie bei diesem Neuanfang. Niemand hat mich bei dem Ausstieg aus der Jagd unterstützt. Alle waren gegen mich, aber Hand X, das hat mir die Kraft gegeben, die ich brauchte. Nur durch Hand X konnte ich der Gewalt den Rücken kehren. Müller und Jäger Untertitelung des ZDF, 2020